Musik 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 An einem sonnigen, späten Oktoberlandetag begaben sich zwei die Wälder-Ockenturierungen. Dafür schlüften sie aus ihrem Bau in den Lächern hinaus und begannen dann nicht, ihre Suche im Wald zu starten. Musik Zur selben Zeit spazierte ein frisch verlobtes Eichmännchen-Fahrt durch den Wald auf der Suche nach dem perfekten Ort für ihre Hochzeit. Und so kam es, dass sich die Eichmännchen und die Igel begegnen. Sie kamen zu stehen und fingen aufgeregt an zu erzählen, was der jeweilige Grund für ihre Erkundungsmüchen durch den Wald gab. Musik Musik Schließlich kam ein Kürbis direkt neben ihnen zu stehen. Der Kürbis hatte das Gespräch der Tiere mitbekommen. Er lebte bereits seit vielen Jahrzehnten in diesem Wald und kannte jeden Baum, jedes Blatt und vor allem ihre Lichter. Musik Der Kürbis war sofort bereit, den Eichmännchen-Fahrt durch den Wald und merkten dabei, dass es langsam dunkel wurde. Musik Sie liebte immer mehr in die Gämerin hinein, bis es schließlich stockdunkel war und der Mosevorschein kam. Musik In dieser Nacht herrschte Folgendes. Musik Nichts außerordentlich Besonderes würde man jetzt denken, oder? Doch als sich ihre Augen meine Dunkelheit gewünscht hatten, erblickten sie erst das, worauf sie ganz und gar nicht vorbereitet waren. Musik Der doch ebenso nette und hilfsbereite Kürbis war nun gar nicht mehr freundlich und hilfsbereit, sondern eher böse und gefährlich aus. Seine Augen leuchten plötzlich feuerrot und immer wieder verließ eine ethisch aufgehende Flüssigkeit seinen Mund und komfortieren kleinen Töpchen. Die Tiere füchten sich schrecklich und ergriffen sofort die Fucht. Sie liebten so schnell sie konnten in den Wald hinein. Doch plötzlich stolperte einer der Egel und fiel zum Boden. Seine Freunde wollten nur zu Hilfe einen, doch es war zu spät. Der jetzt Kürbis hatte sein Gift bereits über den gesamten Siegel verteilt. Auch dieser veränderte nun sein gesamtes Erscheinungsbild und auf seine Augen begann, hochzuleuchten. Die Freunde konnten nichts mehr für ihn tun und liefen deshalb weiter in den Wald hinein. An einer großen Eichel kamen sie Atemlos zu schieben. Keiner wusste so richtig, was sie jetzt tun sollten. Bis der andere rief auf die Idee kam und war auf Sendung nachgekommen. So liefen sie weiter, bis sie die Schalen verloren sind erreicht. So liefen sie. So liefen sie weiter, bis sie die Schalen verloren sind. So liefen sie auf die Idee kam und es wird sie jetzt nicht hecho. So liefen sie sich. So liefen sie nicht zu uns jetzt. So liefen sie zu uns. So liefen sie auf die Idee, bis sie zu den Spuren füllen haben. sie seinen Hund und seine Katze. Aufgelegt erzählten sie den beiden von einem Vorfall im Wald. Der Hund und die Katze wussten sofort Bescheid, holten Bauer Sven und schilderten die Mädel auf. Er wusste sofort, was zu tun ist, und kühlte die Tiere in seine Schweine. Dort angekommen machten die fünf Tiere und Bauer Sven sich an das braune Zeitraum. Nach ca. eine Stunde schnibbeln, pücken und drüben war das Gegenmittel endlich fertig. Sie befüllten eine Spülflasche mit dem Gegenmittel und gehen anschließend alle wieder hinbar zu. Dort angekommen, legten sie sich hinter einem Hüsch auf die Bauer und warteten auf den Kürz und den Bauer. Nach etwa fünf Minuten entlegten sie die beiden. Todes mutig stellten sich die Katze und der Hund den beiden in die Weg und sprühten sie mit den Gegenmitteln. Der Kürbis und der Egel nahmen beide wieder ihre normale Form an. Doch sie konnten sich an nichts der vergangenen drei Stunden hin, geschweige denn an das, was passiert war, erinnern. Das Gegenmittel von Bauer Sven berückte außerdem, dass der Kürbis sich bei keinem weiteren Vorjüngerkreis verwandelt und dadurch auch keiner anderen Tiere mehr ansteckt. Somit konnte der Kürbis seinen eigentlichen Plan, und zwar den Eichlömmchen, die Hochzeitslocation zu zeigen, fortsetzen. Alle zusammen folgten sie den Kürbis zu einer glücklich des anderen Lebens.